Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über die Veränderung des Bitcoins in unserer Umwelt sprechen. Das heißt also, wohin die Zukunft eben geht, was so in der nächsten Zeit so passieren wird, beziehungsweise was bereits passiert ist. Und da gibt es verschiedene sehr interessante Ideen und Adaptionen, den Bitcoin eben einzuführen. Sei es eben, wenn es um Stellplätze geht oder Hotels und so weiter. Darauf werden wir auf jeden Fall gleich noch eingehen. Doch bevor wir mit dem Video beginnen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video hier gefällt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Und für alle, die sich tiefer gehen mit dem Thema Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Dezentralisierung, ICOs und so weiter auseinandersetzen wollt, der erste Link in der Videobeschreibung führt zu einem sehr, sehr interessanten Buch und der zweite führt zu einer physischen Bitcoin-Münze, die eigentlich jeder Sammler zu Hause haben sollte. So, und dann fangen wir erstmal an und gucken uns das CoinMarketCap natürlich an und wir sehen, dass das MarketCap aktuell bei 156 Milliarden US-Dollar liegt. Beim Bitcoin selber, der Preis ist auf 9.184 Dollar gefallen, das heißt also auch nochmal knapp 100 beziehungsweise 200 Dollar nach unten gegangen in den letzten 24 Stunden. Wir haben aktuell ein Volumen von 7,34 Milliarden US-Dollar. Damit sind wir hier ein bisschen wieder nach oben gegangen, das heißt also es wird auch wieder mehr getradet und wieder mehr gehandelt als in den letzten 24 Stunden. Aber wir haben eben, wie gesagt, den Change von minus 2,08 Prozent in den letzten 24 Stunden, was auf jeden Fall so einen kleinen Negativ-Trend gerade bedeutet und der eben auch seit gestern eben fortgesetzt wird. Ich hoffe natürlich, dass wir hier in den nächsten Tagen dann auch wieder einen positiven Trend sehen werden. Wir sehen aber auch eben, und das ist eben auch so ein bisschen prägnant dafür, dass viele andere Kryptowährungen sehr schlecht gerade performen. Was heißt sehr schlecht, sie performen einfach nicht so gut wie in den letzten Tagen und haben eben so ein bisschen Einbußen zu verkraften. Das heißt also hier Ripple zum Beispiel 2,13 Prozent, dann haben wir hier Bitcoin Cash bei 3,48 Prozent Minus. Also ja, man sieht, es ist jetzt gerade nicht alles richtig toll, aber es ist eben auch nicht schlecht. Also von daher wird es sicherlich in den nächsten Tagen auch wieder vorangehen. Und ja, wie angesprochen, geht es hier um das Thema Bitcoin-Adaption und eben das weitere Voranschreiten. Was ist eigentlich der Bitcoin? Ich glaube, das weiß jeder, der die Videos hier guckt. Aber ja, wie kann er eigentlich eingesetzt werden? Wie macht es dann eben Sinn, diese Bezahlmöglichkeit den Bitcoin einfach mit zu integrieren in ganz normale, ja, geschäftliche Prozesse und so weiter? Und hier haben sich eben verschiedene Unternehmer, ja, Gedanken darüber gemacht und ich finde das sehr, sehr interessant. Wir haben in den letzten Tagen nochmal über Tangem gesprochen, die ja diese Bitcoin-Banknote einführen wollen, womit man eben jedem auf dieser Welt eben die Möglichkeit bieten möchte und kann, Bitcoin zu kaufen, ohne dass man wirklich viel Wissen braucht. Ja, ich brauche kein Wallet, ich brauche, ja, kein Wissen, auf welchen Plattformen ich mich anmelden muss. Ich brauche jetzt zum Beispiel kein Wissen, ja, über die englische Sprache zum Beispiel oder egal, wo man herkommt. Ich muss einfach keine anderen Fremdsprachen zum Beispiel auch lernen und ich muss mich nicht mit Trading auseinandersetzen und auch nicht über Chartanalysen oder sowas. Also ganz viele Vorteile, die wir hier haben, wenn wir einfach in einen Laden gehen und dann mit unserem Fiat-Geld, mit Euro oder Dollar oder mit welcher Währung auch immer, ja, einfach entsprechende Bitcoin-Banknoten kaufen, die wir dann eben auch benutzen können, um, ja, Transaktionen auszuführen und so weiter. Also sehr, sehr einfach, eine richtig schöne Idee und ich hoffe, dass die auch tatsächlich Früchte tragen wird. Und ich denke, 2018 sind wir da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, richtig interessante Projekte umgesetzt, ja, umsetzen zu können und sie eben umgesetzt zu sehen. Und wenn wir uns das hier mal angucken, hier zum Beispiel ein Vermieter von Parkhäusern, Park Reality, hat in den letzten Wochen die Möglichkeit, ja, den Bewohnern und so weiter gegeben, eben Stellplätze in Parkhäusern mit Bitcoin bezahlen zu lassen. Also eine sehr, sehr interessante Sache. Damit hat man also wieder dieses konventionelle, wir haben hier ein Parkhaus, das ist ein normales Geschäft, also ein normales Unternehmen, die eben monatlich Einnahmen haben, die eben Stellplätze vermieten und so weiter. Und hier bieten sie eben den Leuten in der Zeit, wo zum Beispiel Anwohner im Urlaub sind oder auf Arbeit sind und so weiter, eben anderen die Möglichkeit, mit Bitcoins, ja, entsprechend diesen Stellplatz zu bezahlen. Eine wirklich schöne Idee und ich denke, auch das wird auf jeden Fall akzeptiert, gerade eben in Amerika ist das natürlich noch ein bisschen vielfältiger einsetzbar als hier aktuell in Deutschland zum Beispiel. Und ja, hier sieht man auch, das Unternehmen führt aus, dass rund 4000 Standorte, 4000, das muss man sich erstmal überlegen, und 10.000 Mieter in Folge in Berührung mit Bitcoin kommen. Ja, und hier wird dann auch frei übersetzt. Wir haben uns entschieden, einen Bitcoin-Bezahldienst einzuführen, der den Komfort für die Kunden erhöhen soll, indem er die Zahlungsmittel erhöht und zur Gewinnung neuer Kunden führt. Also klar, alle, die sich dann eben damit auseinandersetzen und sagen, oh geil, ich kann jetzt hier endlich parken, ohne dass eben jemand in Anführungsstrichen weiß, wer ich bin. Das ist natürlich viel schöner, als wenn man zum Beispiel eine EC-Karte in Automaten schiebt oder per NFC ranhält und dann eben entsprechend, ja, auf das andere Konto dein Geld überwiesen werden muss und dadurch quasi man sich so ein bisschen offenbaren muss. Also eine richtig coole Idee und eben auch die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen. So, und dann haben wir noch zusätzlich das A&O Hostel, ja, ein deutsches Unternehmen, die sind ja schon seit Dezember dabei und auch die haben eben den Trend erkannt und bieten eben die Möglichkeit, ja, Zimmer in einem Hotel und so weiter eben für Bitcoins eben zu mieten und beziehungsweise eben zu beziehen, was eben auch eine mega coole Idee ist. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man als deutsches Unternehmen mit vielen verschiedenen Häusern in der ganzen Welt den Bezahldienst Bitcoin eröffnet, dann bedeutet das, dass man eben, ja, nicht, also egal aus welchem Land, man kommt, man kann es erstmal grundsätzlich benutzen, man braucht keine Kreditkarten, man braucht keine EC-Karten, es gibt keine ultralangen Transaktionsgeschichten und so weiter, es ist einfach super easy zu handhaben, Bitcoin, Handy raus, QR-Code gescannt und Geld überwiesen und schon war es die Geschichte. Also sehr, sehr einfach gehalten und hier bietet man eben auch den Leuten wieder richtig viel Komfort, was ich richtig gut finde. Und hier gibt es dann eben auch nochmal, ja, um so auf die Bedürfnisse der Hotelgäste einzugehen, auch nochmal frei übersetzt den Text, wir setzen auf Technologie, um unsere Kunden die neuesten digitalen Trends zu bieten. Aufgrund des großen Booms, der mit Bitcoin, Ethereum, Dash und so weiter generiert wurde, haben wir entschieden, dass unsere Kunden in der Lage sein sollten, unsere Dienstleistungen mit diesen innovativen Services zu bezahlen, beziehungsweise zu nutzen. Und ja, ich finde das auf jeden Fall eine richtig gute Idee, ich meine, wie gesagt, man hat einfach damit so diese Barriere, die man eben durch diese Kredit- oder beziehungsweise Bankinstitute und so weiter geschaffen hat, die überwindet man damit auf jeden Fall. Und eine richtig coole Idee und ja, wenn man sich hier so anguckt, dass es eben Statistiken gibt, dass 47% der Bevölkerung in Deutschland nicht zu bereit sein sind oder sein werden, eben Bitcoin als Zahlungsmethode in naher Zukunft einzusetzen, aber wir eben die Möglichkeit bieten, das mal den Kunden oder den Bewohnern der Bevölkerung einfach näher zu bringen und denen einfach die Möglichkeit zu bieten, das mal unverbindlich auszuprobieren, ja, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Wenn es natürlich so ist, dass ja viele Läden oder viele Unternehmen diese Bezahlmöglichkeiten nicht bieten, ja, dann kann es natürlich auch nicht vorangehen. Aber so schaffen wir einfach immer mehr Akzeptanz, es geht Schritt für Schritt voran und wir öffnen einfach diesen Bitcoin-Markt, diesen undurchsichtigen Kryptomarkt, den es so gibt, eben immer mehr für Endverbraucher, für ja, die Bevölkerung im Allgemeinen und tun damit ja aus meiner Sicht etwas Gutes, weil wir eben weg von den Banken und dieser Zentralisierung und so weiter eben wegkommen. Was ich auf jeden Fall für den richtigen Schritt halte. Und wenn wir uns mal angucken, wie es so in den anderen Ländern aussieht, ich habe hier mal diese PDF aufgemacht und da sehen wir nämlich auch, dass es schon sehr, sehr viele Länder gibt, die ja nicht nur daran arbeiten, den Bitcoin zu integrieren, sondern teilweise sogar schon viel, viel weiter sind und eben den Bitcoin vollends akzeptieren. Wie zum Beispiel, das sehen wir hier oben, Kanada, ja, komplett grün und wir sehen hier eben, dass es, ja, auch von der, von, ja, der Regierung eben entsprechend unterstützt wird und man hier eben den Leuten die Möglichkeit bietet, ja, zum Beispiel die ganzen Währungen zu benutzen. Amerika genauso, ja, sie sind hier auch mit drin und auch komplett grün und grundsätzlich akzeptieren die nämlich den Bitcoin. Dann haben wir hier Mexiko, die so ein bisschen, ja, nicht ganz sicher sind und bieten halt, also sind offen für das Thema und arbeiten so ein bisschen daran, aber verbannen sie eben nicht. Aber wir haben hier zum Beispiel Bolivien, die komplett dagegen sind, die das ganze Thema einfach komplett aussperren und der Bevölkerung eben nicht die Möglichkeit bieten und wollen eben das voranzutreiben. Ja, oder hier zum Beispiel Malaysia ebenfalls, ja, die hier eben sagen, dass sie das eben nicht möchten, vor allem, weil es eben viel negative Publicity gab, weil viele illegale Dinge darüber betrieben wurden und so weiter. Aber gut, das ist eben mit dem Fiat-Geld eigentlich genauso. Von daher, warum fängt man hier an, irgendwelche Instriktionen oder Restriktionen eben aufzubauen? Finde ich ein bisschen doof, vor allem, weil eigentlich die Regierung ja für die Bevölkerung eben arbeiten sollte und denen eben mehr und mehr Benefits einräumen sollte und von daher finde ich das nicht ganz schön, dass hier eben entsprechende, ja, Entscheidungen getroffen werden, die eher gegen, ja, die Bevölkerung spricht oder beziehungsweise gegen die Bevölkerung arbeitet. Wir sehen zum Beispiel aber auch Russland, die daran arbeiten, den Bitcoin immer weiter zu integrieren und eben auch immer weiter, ja, funktional eben einzusetzen. Und wir sehen also, ja, wir sind auf einem guten Weg, eben das Ganze voranzutreiben. Es gibt immer mehr Institutionen, immer mehr Unternehmen, die eben Schritt für Schritt auch Richtung Bitcoin gehen, Richtung neue Technologien und genau das ist der Weg und das sind die Schritte, die eben für uns relevant sind, damit eben auch der Kurs zum Beispiel wieder nach oben steigen kann. Also wenn etwas akzeptiert wird und vor allem auch das Vertrauen geschaffen wird in zum Beispiel den Bitcoin, dann kann das auch wieder nach oben gehen, weil wir neue Leute haben, neue Personen, neue Investoren, die eben in den Markt dann reinpushen und sich eben einen Standbein darüber aufbauen wollen. Und deswegen begrüße ich alle Aktionen von Unternehmern, die so ein bisschen mutiger sind und einfach mal neue Dinge ausprobieren, ohne sich vollends darauf zu verlassen, obwohl das natürlich auch eine Möglichkeit ist. Aber extrem abhängig zu sein vom Kurs ist natürlich auch nicht schön, solange es eben diese hohen, ja, Dips und so weiter eben gibt oder eben diesen Push, den man eben auch teilweise hat. Also es kann in beide Richtungen gehen. Gut, ich hoffe, euch hat mein kurzes und informatives Video gefallen. Falls es so war, dann würde ich mich riesig immer einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen, ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao! Ciao! Musik